Pst, ja lass mal sehen, Henry Kissinger. Der war aber nicht als großer Redner bekannt. Nein, nein, nicht täuschtlich. Naja, stell dir vor, was er erst gewesen wäre ohne die... Oh, dann hätte er total verschissen. Er hätte was? Total verschissen. Genau. Probierst du es vielleicht doch nochmal? Hey, mal, können wir zu dem Bingo-In gehen? Wir gehen zu dem Bingo. 20 Minuten. Okay.